Er hat nicht geübt, er hat es nicht gemacht. Er hat die Hausaufgabe nicht gemacht, so sieht es aus. Er hat es nicht gemacht. Also da muss ich jetzt kommentiert werden. Er muss stehen. Er muss stehen. Er muss stehen, sonst geht er nicht. In Lien geht er nicht, er muss stehen. Erst beim Stehen kommt Feuer auf. Neben dem Penismann. Ich dachte, das ist der Handmann. Ich habe keine Ahnung. Abends kommt der Handmann. Das ist ja schlimmer wie der Bassi. Was denn? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.